Hallo und herzlich Willkommen zu Sir Forrest mit einer kleinen Pause zwischendurch und wir werden schon wieder angegriffen hier, warte kurz, ich bin immer auf dem Zelt Schau mal den Pfeil in der Oh lol, haben wir einen Pfeil in der Fresse gehabt? Oh leid, hallo bleib mal da Hedgehort, Hedgehort Vogler, Vogler Hau ab Ich weiß grad gar nicht Oh 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 oh, ey ich bin mittlerweile so gut, auch nach der langen Pause jetzt, heftig Eben, wir haben ne kleine lange Pause gehabt ne kleine lange Ich hab's selber grad gemerkt Gut, ähm Oh, loi, bei mir ist Achso, MT, mute, ich dachte mir schon das ist voll der Bug, ich zerhack die mal schon ne Hier, ah ja genau Da bin ich auch noch dabei Ähm, haben wir hier noch irgendwie? Da haben wir noch Köpfe Nice Ja, Köpfe Ein paar Arme Wieso können Menschen nicht einfach Zweiköpfe haben? Das ist echt praktisch Das sind doch eh so blöde Mutanten oder sowas Also könnte man doch eigentlich mal so Zweiköpfe raushauen, oder? Ja, meine Rede Eigentlich schon Ich glaub ich noch ein Arm Guck mal Guck mal Guck mal Guck ich das fertig Ah, das haben wir fertig Nicht anzünden Guck das fertig Das ist perfekt Dann haben wir Oh man, jetzt sind hier die ganzen Büsche wieder auf dem Weg Das nervt so Kann ich hier noch irgendein Bein unterbringen? Hallo Guck dir das mal an Hier wachsen die ganzen Büsche Das ist so doof Guck mal Hier Dieser Busch, Alter Guck dir das an Direkt beim Eingang von der Kirche Mann Ja, man müsste einfach so ein Sperrgebiet machen können Um keine Büsche mehr wachsen Ja, ein bisschen nervig ist das schon Weil hier drin wollte ich eigentlich keine Büsche um zu haben Die zwei Bäume Weiß ich jetzt gar nicht Ob die mit Absicht da drin waren Ich bin gerade gar nicht sicher Ach, Moment Also wie ihr vielleicht gemerkt habt Sind die Forest Folgen Sehr eingeschränkt jetzt gekommen Also statt zweimal die Woche Nur noch einmal die Woche Und wir haben sogar mal Eine Woche ausgelassen Ich glaube bei mir zumindest Ich weiß nicht wie es bei dir ist Ja, bei mir auch Ich glaube bei Forest war noch relativ Ja und wir sollten ganz schnell Nach Hause und schlafen Oder wir wollen hier schnell legen In den Lager oder Ach, das sind Büsche, Alter Komm, geh mal wieder Ja, kann man machen Hier ist eh so eine schöne Wegführung Mit übel Büschen Alter, diese Büsche, Alter Wir müssen so viele Leute killen Oh ja Eigentlich müssen wir Kann doch gar nicht schlafen Wie lange dauert es noch Haben wir genug Zeit, jetzt hochzugehen In unser Bett Stimmt, wir haben jetzt ein Bett Moment, da war irgendwas kaputt Keine Ausdauer mehr Ich habe Hunger wie scheiße Hey, warum Hallo Ah, ich danke dir Warum war das kaputt? Ach, hier müssen wir das Dach noch fertig machen Ach Loll Das ist okay, das hatte ich gar nicht mehr Aufmerksamkeit Ich auch nicht Ja, es ist schon fast über den Mund Ja, wir müssen das letzte Mal Ich denke, wir können andere Dinge noch machen Aber das mal hier Das doch noch fertig machen müssen Ach, das war vielleicht, weil ich das gemacht habe Wo du gesagt hast, das kriegt man nicht mehr hin Dann habe ich es doch hinbekommen Achso, ja Ja, genau So war das irgendwie Hm Also, speichern kann ich schon Vielleicht kann man schlafen, gleich Ich kann schon, also ich kann schon, ich kann schon schlafen Ein Pixel noch Jetzt kann ich schlafen Dann gehen wir jetzt schlafen So, man muss hier ganz schnell was essen und trinken So, perfekt Oh, voll gegen die Wand gelaufen Aber oben gar kein Balkon fällt mir auf Hm, wollt'n wir denn an? Nee, aber Ach, Moment Wir, ganz rechts waren ja die relativ frischen Nein Oh, ich habe Angst, ich hätte zu verdurfen, Alter Ich muss was trinken Da ist schon mal nichts drin gewesen Ah, das hat mich direkt voll gemacht Ah ja, wohl Es war's, ich trinke einfach eine blöde Dose, Alter So, weil ich brauche eh Energie Also hier wären so voll noch die vier Schüttkröten Aber ne Waffe meint Einmal kann ich auch noch trinken Ich war noch nicht ganz voll So Hallo Wann er dir? Fürs Öffnen Passt Deine sammeln unterwegs vielleicht, so Wo ist denn jetzt die Priorität? Ähm Boah Ich würde sagen, dass wir Weg jetzt fertig machen Irgendwie Nee, ich würde sagen, dass wir Vielleicht sogar den Zaun Bei der Kirche fertig machen Und während wir das machen Werden wir wahrscheinlich oft angegriffen Gehe ich mal stark davon aus Einfach Dann kann man die Effigies So ein bisschen Dann kann man immer die Effigies Ein bisschen Äh Was fehlt hier eigentlich beim Kreuz? Was? Ach Gott, es wollen da fehlen noch 14 Baumstämme Uah Boah, da ist ein Reh Ja, aber ich immer Hä? Lol, ich hab da durchgeschossen Bleib da Nicht bewegen Scheiße Hier ein Stein Und dort ein Stein Hier und dort ein Stein Die verschwimmen da schön vor sich hin Hä? Ich treff das Reh doch Das, was sie verdienen? Ich Angeblich treffe ich das Reh nicht Jetzt Lol, ich hab so viele Pfeile verschossen, Alter Es gibt leider keine Statistik, ne? Dass man nachschauen kann, wie viel eingeboren Man gekillt hat Doch, eigentlich schon Irgendwo steht das Sicher Ähm Das wäre mir neu Vergessen, gebrannt Tage überlebt Und haben wir Zustand Stärke, Athletik Gegessen Da steht die Zahl Das ist voll verpackt irgendwie Naja, bei mir auch In die In die In die Infiziert Gut, das ist Ah ja, stimmt Du hast recht Ich dachte, dass es dabei stand Ah, das sind so schöne Äh, du forschst die hängende Höhle weiter Äh Eine hängende Höhle Hm Das mussten wir mal erklären Höhle der Anwälte Höhle auf Felsvorsprung Das ist Höhle der Anwälte? Ja, wahrscheinlich sind da ganz viele Anwälte Oder sowas Tote drin Nee, gibt noch keine Statistik Ich dachte, dass es mal eine gab Hab mich wohl getäuscht Entschuldigung Das war echt, wenn wir Wie viel mal schon gekillt haben Du wurdest wieder angegriffen Hier Kriegs Besuch Ja Boom, Headshot Boom, Headshot Boom, Headshot Äh, ja Erstmal Die trage ich dann gleich mal Zur Ausweitungsstelle Ja, das wäre vielleicht gar nicht schlecht Erstmal dahinter tragen, ne Digga, hier Voll die Fliegen Verdammt, ich kann die ganzen Beine gar nicht hier Kann ich den Arm noch Arm Bein Vielleicht hast du die Beine gekriegt Ja, ich hab die Beine auch Scheiße Kopf Da haben wir noch Köpfe Ich mag das fertig gehen Hast du hier noch Köpfe? Das da ist fast Fast falsch Das sind nur Arme Ah, hier wäre auch nur noch ein Kopf Und da noch Beine Nee, nur Arme Arme Wieso kriegen wir die Arme nicht Äh Beine Da haben wir noch zwei Beine Stein Da hab ich noch Beine Moment, wo waren denn jetzt Waren hier noch Waren hier nicht noch zwei Beine? Vielleicht auch Hast du hier zwei Beine aufgenommen? Äh, nee Okay Okay Kaum, da hab ich mich schlecht auch gerade geirrt So, was Die Mauer Wo ist unser Wagen eigentlich? Gute Frage Ähm, wollen wir denn Oh, blaue Beeren Ich höre ein Mutant Oh, blaue Beeren Kann ich Ich höre ein Mutant Weg von der Kirche Äh Ja, so viel Büsche hier, Alter Hier gibt es Büsche, Alter Oh, fuck Alter Ich gehe da gemütlich Oh, Alter Hat es mich gerade geschockt, Alter Des Todes Meine Fresse Ah, da ist ein Oh, Mann Hat es mich geschockt Ich glaube, so heftig hat es mich noch nie in SoForest gerissen, Alter Gut, einmal, wo die Fledermäuse Doch, da hat es mich schon mal ordentlich gefickt, aber Wie viele einfach Körper da liegen Ach, den Kopf Ich kämpfe ein bisschen gegen den Mutanten Überleg schon, ob ich die Beine an den Körpern dranlasse Ja, weil Die können wir später vielleicht brauchen, aber Arm Arm Da haben wir keine Arme Wollen wir nur noch abkämpfen Arme würde erstmal reichen Nein Sieben Arme Jetzt müssen wir uns auch noch um dich kümmern, du Schade, kein Headshot Ich bräuchte ein bisschen Hilfe Ja, ich bin unterwegs Weil da ist eine so noch Eingeborene da, das ist ein bisschen nett Bin schon unterwegs, bin schon unterwegs Headshot Ne, doch nicht Hä? Aber ich habe schon zweimal getroffen, vielleicht hat es gerecht Ich nehme die Billigpferle her, die ich irgendwie habe Vorsicht, Mutant kommt Uah, der läuft ja wirklich auf mich Wow, Alter, der hat aus dem Nichts die Richtung gewechselt Wie viel hältst du denn jetzt noch aus? Ich glaube, der ist tot Komm schon, gib Stoff, du Typ Merci Es war schon eine geile Erneuerung mit der Mutantenrüstung Ja, das, sowas habe ich halt voll vermisst Ah, ich muss das Fleisch aufhängen Unbedingt, weil sonst bringt es mir das nichts Dieses Fleisch vom Reh Das heißt, ich gehe nochmal kurz zurück Ich lasse schon nochmal ein paar Beine in die Mauer So Ich bin gleich wieder zurück Ich hänge nur das Fleisch in den Lauf Warte, ich könnte die Beine mitnehmen Für die Hinterung Warte, wo du jetzt mussten Das ist die Motorsäge, Alter Muss ich jetzt ehrlich sagen Ich bin gerade froh Dass der Tank bei der Motorsäge aus ist Weil deswegen macht ihr nicht immer gleich so Beine, zwei Stück Naja, dann haben wir da die Beine rein So Vielleicht auch mal das Kreuz fertig machen Was brauchen wir dazu? Warum? Ja, wir müssen eh hinter zum Wagen Schau mal, geh mal hinter zum Wagen Und hol mal ein Da kannst du ja nochmal Voll machen Ja So Uno Lollig schnell da gar nicht rein Hallo Wo ist die, ich gerade nicht Der Steins hat gerade so Komm nicht hin Ah, das hatte ich auch mal das Problem Dann musst du irgendwas mit der Höhe ändern Das ist richtig ekelhaft teilweise Ja Irgendwie kann man was Oh, das ist ein langer Baum Warte, ich muss mal ganz kurz Ich bin mal ganz kurz AFK Ganz kurz bloß Jo, bis gleich So Dann baue ich hier mal die Baumstämme So 14 Baumstämme brauchen wir Also brauchen wir dann Ich bin wieder da Ich bin schon wieder da Aber das Discord gar nicht so gut irgendwie Also ich meine Es leckt nicht so wie sonst immer Oder sowas Aber Qualität lässt irgendwie ein bisschen zu wünschen übrig Finde ich heute Echt? Ja Jetzt Wegen Bei mir jetzt Oder auch bei dir Oder Ich weiß es nicht Bei mir Also ob du mich schlecht hörst Aber bei mir Also bei dir ist Also ich höre dich eigentlich ziemlich gut Also wie immer Ja, ich höre dich auch da Aber manchmal ist es So ein bisschen Also nicht so krass wie sonst immer So nicht so dieses Komplette Sondern nur Ja Als wäre der Empfang Ein bisschen schlechter Weiß nicht Was haben wir gesagt Erstmal Ja, ich habe aber das Kabel Mal wieder ein bisschen anders Hinglich Vielleicht Gibt es auch an mir Verdammt Weiß nicht, ob ich jetzt So viele Baumstimme Brauchen wir gar nicht Für unser Dach Da hinten Wenn wir hier jetzt 14 fürs Kreuz abziehen Das geht eigentlich Ach Ja Oh, blaue Bären Gibt man immer gebrauchen So Jo, hab's auch schon eingesammelt Also erstmal Waffe höchsen Ach, wir haben hier sogar ein Feuer Warum haben wir hier ein Feuer? Zum Leichenverbrennen wahrscheinlich Ja, dann brauchen wir ja nimmer Wir brauchen ja die Leichen jetzt Du hast ja Holst du nochmal Damals 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 Aber die Die spawnen die Kadaver Weil es sind nur noch drei Gerade Vorhin waren es mehr Vielleicht auch gut Ja Sonst hätten wir da vielleicht ein Problem Aber finde ich auch nicht schlecht Dass die nicht Instant weg sind Boah, irgendwie Irgendwie wäre es geil Wenn man irgendwie so eine Krugel Buddeln könnte Und die ganzen Leichen Gar nicht öffnen könnte So Massenkrab Boah, Alter Holy Shit Ich hab mir vor wie viele Leichen da drin wären bei uns Wer übel Die würden uns niemals retten Wenn sie das finden würden Wollen sie uns retten oder Die würden uns zum Völkermord Anklagen Aber im Endeffekt Wollten die ja uns die ganze Zeit fressen Also wir haben uns hier nur verteidigt In Wirklichkeit In Wirklichkeit Ich schwere 500 Leichen Ja Aber jetzt mal ohne Witz Stell dir mal vor Du bist wirklich irgendwo Und da ist ein ganzes Volk Die Wahrscheinlichkeit Dass du das natürlich überlebst Ist natürlich Wahrscheinlich dann bei null Aber Du musst dir jetzt mal vorstellen Du wärst da So wie es gerade hier ist Und da ist ein Volk Was Kannibalen sind Und die greifen dich ständig an Und du hast wirklich Die Möglichkeit Oder Die sind so doof Oder so Dass du dich wirklich Ganz gut mit Katana Oder sowas verteidigen könntest Müsstest die alle töten Ne Alle nach und nach Jetzt stell dir mal vor In Wirklichkeit Du nimmst wirklich nicht Die spawnen Was machst du mit den Leichen Ich glaube kaum Dass du dann anfängst 500 Gräber auszuschaufeln Einzelne Ich glaube dass du Die Leichen nehmen wirst Und immer Oh hier liegt ja eine Leiche Immer an eine Stelle Guten Appetit Immer an eine Stelle wirfst Damit du natürlich Nicht über Leichen liegen hast Weißt du Das ist dann dieses Massengrab Und im Endeffekt Hast du das dann wirklich gemacht Weißt du wie ich mein Nö Also Also im Endeffekt Hättest du genau das Problem Keiner würde es abkaufen Ja was sollst du sonst machen Gut man könnte Du warst verschollen Wie hast du 500 Leute gekillt Wo hast du das Katana her Ja ja natürlich in der Höhle gefunden Mh hm Komm Hase Jetzt komm Ich hab nochmal Beine Die Beine müssen weg Ja ich warte ich bring den Hasen auch gleich zurück Haben wir schon ne Hasentrophäe Ich glaube nicht ne Können auch noch Ja I don't know. Hä, da müssen die, ach so, Steine müssen rein, will ich jetzt gar nicht, komm doch. Also Beine hätten die ruhig mehr einfügen können, ehrlich. Ich will jetzt nicht Steine. Ja, wenn man die Tanten irgendwie auseinandernehmen könnte. Weil doof, dass ich dann jedes Mal erst mal die Steine reinhauen muss. So. Stimmt eigentlich, weil die haben sau viele Beine teilweise oder sowas. Arme, Köpfe und whatever. Das ist ein bisschen schwach, aber gut. Aber wir können vielleicht mal eine Rüstung. Genau. So, dann hau ich. Hier hat er den Hasen. Ähm. Also gefühlt ist ein Hasenkopf doch ziemlich klein in dem Spiel. Alter, Hasenkopf ist nicht so klein. Der ist ja nicht nur so groß wie ein Stock. Obwohl... Ich komme natürlich auf... Aber eigentlich ist ein Hase ja nicht so klein, ne? Ja, darum. Eigentlich ist... Also auch in real life, die sind gar nicht so klein. Die sind schon ganz schön. Ja, darum sei ich. Also... Halt uns nicht davon. Also ganz ohne sind die nicht. Gut, es gibt ja auch so... Wie groß sind die Zwerghasen? Die sind klein, also... Deswegen heißen die ja auch so, ne? Ja, die Frage, wie klein? Ich habe sie gerade leider nicht... Weil ich jetzt nicht so der Hasen... Ja, ich auch nicht. Aber die ist so... Wenn ich so überlege, ich glaube, dass die echt nicht... Groß waren. Ich glaube nicht so klein, wie es hier dargestellt wird im Spiel. Aber das hier sollen es ja keine Zwerghasen sein, also. Weil Feldhasen, die sind ja eigentlich ziemlich riesig. Die sind groß, ja. Also die, wenn die den mal über den Weg hoppen. Da hat es sich ausgehoppelt. Ach nee, jetzt habe ich das Fleisch nicht hingehängt. Warum war es so? Hä? Du bist doch wegen dem da hin. Ja, ich habe erst den Hasenkopf da aufgespießt. Dann habe ich gesagt, aha, Aufgabe erfüllt und... Ne, ja. Den Rest kennst du. Hast du gut gemacht. Wir sind alle stolz auf dich. Dankeschön, danke, danke, danke. Ein Applaus in den Kommentaren für Skuldo. Bedeutet ihm echt viel. Oh, ich wollte gerade einen Stein aufheben, dabei war das so ein blöder Kadaver. Oh, der hat eben auch seine Beine dran. Beine, Beine. Ich will Beine. So. Jetzt habe ich wieder sowas Verkuckeltes, Ausgetrocknetes gegessen. Ich glaube, das mit der Mauer geht doch ganz schön schnell eigentlich. Ja, aber man Steine findet man die ganze Zeit überall, also. Es ist zwar ein bisschen langweilig wahrscheinlich, also die ganze Zeit nur Steine sammeln, vor allem, weil du einfach nur fünf tragen kannst. Das ist echt mehr für in dem Spiel, fünf Steine. Und ich sehe es auch gerade nicht ein, weil natürlich kann man den Wagen theoretisch nehmen, aber ob ich jetzt so fünf Steine trage und dann drei Meter zum Wagen laufe oder drei Meter direkt zur Mauer, macht jetzt auch keinen Unterschied. Ja, man kann sich ja mal kurz ein Gesprächsthema überlegen. Während man da Steine sammelt, kann man ja über irgendwas reden. Ja, wir reden doch die ganze Zeit, was so... Ich meine so ein spezielles Thema. Hast du mal was Neues über Fephoris 2 gehört? Nö. Von Dolm hört man eigentlich gar nichts mehr, ne? Man hat diesen Trailer da... Ja, wir haben es halt angeteasert, so ein Leckerbissen und jeder... Boah, geil, 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 geil und dann... Der stand eigentlich dabei, wann ist theoretischer Scheinsteuer? Gar nicht, nö. Nichts. Schade, schade. Aber die wollten ja, ich bin mir nicht sicher, wollten die da nicht was ankündigen zur Gamescom, aber die ist ja jetzt... Ich glaube, die Gamescom, die ist ja jetzt... Online, ne? Hast du von dem was gehört? Wie funktioniert denn das? Kann man das auf Twitch verfolgen? Und wenn ja, an welcher Zeitlinie? Wahrscheinlich die deutsche... Normale, oder? Oder ist es jetzt irgendwie wieder... Weil wenn du... Weil ich finde das ja immer so nervig, wenn dann hier die Dings sind, die... Boah, wie heißt das jetzt? Äh... E3? Denn es ist ja bei uns mitten in der Nacht zu 90%. Ja, darum schaue ich es mir meistens dann in der Zusammenfassung an. Ja, will ich auch immer, aber irgendwie interessiert mich doch immer so direkt so... Boah, geil, will ich jetzt sehen? Und dann gucke ich es mir doch irgendwie an. Aber ich fand eigentlich so die letzten Jahre, die E3, dass da waren eigentlich jetzt nicht so Spiele dabei, wo ich sag, boah, geil, ist man immer so... Kommt mal endlich was Spannendes. Genau so saß ich eben auch die letzten Male da so... Mh, naja, interessiert mich nicht. Genau, bin ich jetzt auch generell in dem Jahr nicht so geguckt. Und jetzt haben eh die meisten... Die meisten haben ja eh jetzt die E3 verlassen, ne? Ja, genau, stimmt. Sie macht eh da sein eigenes Ding. Genau. Und da weiß ich nicht, könnte geil sein, weil wenn die ihr eigenes Ding machen, müssen die aber dementsprechend auch Content raushauen. Das stimmt, ja. Aber da weiß ich, da verlierst du doch irgendwie den Überblick, wann was ist. Weil jetzt habe ich zum Beispiel gar nichts auf dem Schirm. Ich habe keine Daten. Weiß man da was, wann das jetzt ist? Also, auf welchen Spiele ich hier so ein bisschen auf dem Schirm hatte? Ist halt so Siedler. Über das Siedler. Vom Neuen. Ich hätte ja gedacht, es kommt sogar irgendwie Frühling in dem Jahr. Sollte ja, aber jetzt haben sie es ja verschoben. Ja, genau. Vielleicht findet man da nochmal was Neues jetzt. Dann, äh, Daigenlight 2. Boah, da gibt es anscheinend richtig Probleme gerade, ne? Habe ich auch gehört. Oh, da habe ich gar keinen Bock drauf. Wenn die jetzt sagen, nee, du... Probleme wird voll verschoben und komplett auf Eis gesetzt. Das kann ich mir auch nicht vorstellen, weil die waren ja kurz vorm Fertigwerden, oder? Ja, ja. Also, dass sie sich das komplett auf Eis legen, niemals. Ja, dann sollen sie es halt nochmal nach hinten schieben. Bis sie sich einigen, wie sie es machen. Aber das wäre natürlich jetzt Kacke. Auf das Spiel habe ich mich echt gefreut, wenn sie es jetzt wirklich am Schluss irgendwie verkacken und dann... Ja. Ja, vor allem, wenn sie, äh... Ey, ich kann jetzt Steine mehr aufheben. Ah, doch, jetzt. Vor allem freue ich mich richtig drauf, wenn es wieder einen Koop-Modus hat, wäre das wieder ein richtig geiles Spiel, wo sie zusammen zocken könnten. Oh, ja, das stimmt. Weil momentan... Ah, jetzt ist wieder so dunkel, ey. Momentan gehen uns ja ein bisschen die Koop-Games aus. Ja, theoretisch wäre ja das neue Siedler nochmal so ein Kandidat. Ja, das stimmt. Aber das ist ja... Gut, das hätte ich eigentlich gar nichts dagegen. Es ist ja nicht direkt Koop, sondern jeder baut wahrscheinlich für sich nur auf der gleichen Welt. Bisschen wie Tropico. Hätte ich aber nichts dagegen. Ich weiß nicht, wie es dann ist mit Handel, wie wichtig der Handel da drin ist. Aber prinzipiell hätte ich nichts dagegen. Einfach zusammen ein bisschen in der Lobby chillen, in Discord. Und labern und jeder baut so vor sich hin. Hätte ich... Oh, lol, wir sind schon rum. Ey, jo. Gleich haben wir es geschafft. Lol, das ging echt schnell jetzt. Ja, Steinbauwerke gehen voll schnell. Naja, wenn ich so an die Dinge denke, an die komische Mauerverstärkung da, die Spikes. Oh, mir wird kalt. Ja, mir auch. Oh, schnell zum Feuer. Wenn ich da in die Hütte, in die Kirche gehe, wird mir dann nicht mehr kalt. Oh, ich weiß nicht. Nee, mir friert es trotzdem. Voll unlogisch. Aber wir haben ja hier das Feuer. Ich mach das mal an. So, ich hab die Mauer fertig gemacht. Wandervoll. Feuer ist hier an. Können wir uns kurz aufwärmen? Ist ja nicht ins Feuer gehen. Kurze Frage, schnelles Speicherding und Schlafding, oder soll man schnell zurückrennen? Gut, von der Zeit her wäre es vielleicht... Obwohl, wir können ja auch, wenn wir hier schlafen, ne? Haben wir voll vergessen. Hehehe. Oh. Wie voll hier. Ja, das Zelt, ne? Das Willen. Ja, das Zelt hab ich echt vergessen. Wir könnten jetzt auch schon schlafen, wenn es mehr... Wir könnten schlafen, speichern und eventuell dann sogar. Ja, ja, warte, warte, warte. Ich speichere schnell. So, und einmal schlafen. Komm, wir kuscheln uns jetzt zusammen ins Zelt. Oh, yes. Äh, warum... Ich wollt grad sagen, hä? Hä, das war jetzt ganz neu. Bei normalerweise ist es immer kurz schwarzer Bildschirm, wenn ich speicher und so. Jetzt aber gar nicht. Gut, aber das müssen wir eh zurück, weil... Aber ich wollt grad sagen, ich hab auch Hunger. Ich hau hier immer mal ein paar Steine rein. Büschtel. Ich drück ja eigentlich immer nur E, weil manchmal so ein Stein auf dem Weg liegt. Naja. Hehehe, hörst du mal plundum. Einmal ganz kurz. Zupp. Hallo. So, dann das letzte verkohlte Essig. Hier ist jetzt das letzte verkohlte. Dann müssen wir hier wieder rechts anfangen. Oh, shit. Gott sei Dank regnet's. Geh weg. Oh, ja. Ich werd duscht gleich. Oh, ja. Das war knapp. Hat mir nichts angegessen. Hier rechts anfangen, hast du gesagt. Oh, was ist denn? Ah, meine Trinkflasche. Ist denn die gleich wieder da? Die ist voll. Topf ist voll. Ah, ja, gute Idee. Trinkflasche ist bei mir nicht voll. Ich frische wieder mal. Ausrüsten. Könnte ich mal wieder füllen. Ist recht. C. 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 Voll ist das jetzt? 100%. Perfekt. Ich hab ein bisschen Rehskin. Einmal dich einfach. Ich friere nicht. Einmal hot guy. Genau. So. Dann haben wir eigentlich schon wieder die 28 Minuten. Krass, dass wir... Haben wir eigentlich bei dem Spiel... Bei Raph war das immer mit der Überlänge, ne? Bei dem ging's eigentlich. Haben wir immer gut hinbekommen. Glaube ich. Naja. Das stimmt. Aber, ähm... Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und hoffentlich sehen wir uns natürlich in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Jo. Tschüss. Tschaui. 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 Vielen Dank.